so hat hätten sie auch alle anderen spielen schon bei gta oder so was so fahr schnell um zu punkten mclaren und tschüss ich muss schnell schön hat man so weiter doch wie wir uns abwechseln erster zweiter erster zweiter wir kommen zurück übrigens zu drüber sein francisco Weiter geht's mit der Rennegg Boah, wie wir uns abwechseln Abwechseln Wow, wow Scheiß die Wand an, scheiß die Ach Mist Wir haben ein paar Farbe gemacht Noch alles drinnen Noch alles drinnen Wer hat gewonnen? Ach du Ja, geiles Ding Geiles, knappes Ding Das war ja die Qualifikation erst Wenn wir es zwar jetzt Für ein Rennen erleben werden Achso, jetzt kommt nur ein normaler Sprint Grand Prix, oder? Ja, sammle Punkte über 5 Runden Shift ist blockiert Der Spieler mit dem Hinspunkt gewinnt Das ist ja doof Oh, kann der kleine Walvo nicht shiften Es geht mit dir ab Zu viel lang Benzin geschnüffelt Guter Stoff So ist man Donnerstag früh nach 1 Uhr Ich glaube, dass man nicht miteinander spielen kann Ja, jetzt direkt auf der Strecke meinst du Also die ganze Stadt Ja Oh No, fuck, ey Unfähigkeit nach FIFA World Nur die Unfähigkeit Driver San Francisco bei mir hier Anzugucken Da merkt man schon den wahren Meister Der fährt da vorne In alles Grund und Bohnen Zu viel der Ehre Alter, ich hab gar keine Chance hier Ich dachte, du meinst du schnarrenden Kenny Rennen gewonnen Ja, grüßt an Kenny wieder Und an der Weißler Für den Crash-Rennen ja auch immer perfekt Oder an der Steffi, genau Und alle, die sonst uns noch Kennen Liebhaben Sprint 2 Also das war gar kein Quote Das war schon quasi das Rennen Äh, mit dem, ähm Schnellfahren Wie da aussieht, gibt's mehrere Jetzt hier Alter Er hat durch dich durchgefahren Okay Boah, wie mein Controller die ganze Zeit vibriert Ich möchte ihn mir hinrammen Ah, Mann, ob ich es nicht so lustig Dass du immer noch mir am Arsch klebst What the fuck So kacke zu steuern Ja, der Audi hier, der Ich bin... Oh, Gott Oh, schön gekriegt Schön, 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 schön Ah, die Strecke liegt mir hier wieder hinzu Und yeah Booyaka Nein Da sind jetzt 5 Rennen am Stück Irgendwie Und wer zuerst 3 gewonnen hat vielleicht Na toll, jetzt hat's aufgehört zu vibrieren Ach ja, das ist jetzt wirklich Was ist denn jetzt im Ziel, hat's aufgehört zu vibrieren Beide haben 15 Punkte Wo ich Zeit hätte Jetzt, wo's dir grad kommt Sprint 3 Was haben wir? Äh, Shavis Mit Shavis Fort geht's hier, hab ich Alter, wieso hab ich Wow, knappe Sache Das war knapp Ich hab kaum Boost gerade gehabt hier Am Start Bist du interessant Oh, 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 wo bist du da Ich lass hier gegen dich knallen Wow Ich seh nix Wofür lang Skisprung, Schanze Ja Alter Falter Hier bin ich noch gar nicht gewesen Booyaka Das Imperium schlägt zurück Ach, Mist Puh, puh, puh Mist Die Kaka Äh, ich hoffe, dass es auch so soundtechnisch passt Hat das ziemlich runtergeregelt Ich glaub auf 10% oder so Naja, also ich hab jetzt kein In-Game-Sound Also stimmt, da wundert euch nicht Bei mir ist kein In-Game-Sound zu hören Fragt mich nicht, warum Ihr könnt's auch bei der Aufnahme nebeneinander Äh, laufen lassen So wie ich das immer wegen Raubri 2 mach Mit dem Kenny zocke Jetzt hab ich immer beides nebeneinander laufen Und hat nur eine Tonspur aktiv Und Kann man gute Rennext vergleichen Oh Warms Wir beide waren Spieler Aber du hast eindeutig den besseren Speed hier, find ich Oder du nutzt den Wooster mal richtig aus Weil am Start kommst du Am Start kommst du geil weg Ich komm ja jetzt hier schon auch nicht mehr Wenn das jetzt noch ein Sieg wird Dann wäre das geil Ich bin jetzt Sechster Checkpoint Jetzt bin ich Ja, am siebten Checkpoint Ah ja, ich seh dich hinter mir Am Arsch kleben Schon eine riesige Vorsprung Der Checkpoint 4K Tach, dann denke ich mal, hast du jemanden, ne? Runde 4 Okay, geht nochmal Aber Einholen kann ich dich nicht mehr Es sei denn, du scheidest aus Mit Motorschaden Tuch, tuk, 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 tukien a Da schlägt der Blitzer einen in meinen Konkurrenten. Shift blockiert, jetzt erst. Nein! Nein! Scheiße! Entschuldigung! Nein! Nein! Ah, die Strecke kenne ich schon aus dem Singleplayer. So eine ähnliche drin. Das ist ja nur einig. Entschuldigung. Macht nix. Den Grad. Aber ich habe immer die Angewohnheit sofort fast nach vorne hier zu drücken. Sobald ich shift... What the shit? Oh Gott! Oh Gott! Yes! Nice one! Hui! Bitches! Nein! Schöne Sache! Hier gefällt es mir. Hier möchte ich Urlaub machen. Ich habe es auch abgebunden. Ein klassisches Rennen. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch haben. Okay. Ja. Was gibt es noch so für Action? Eine Sache gibt es noch? Gibt es noch? Kann ich noch? Dann habe ich noch. Dann habe ich noch. Es gibt nur drei Möglichkeiten online zu spielen. Drei verschiedene. Actions? Oder wie? Wie meinst du jetzt mit den? Was können wir alles online machen? Also wie sagt jeder? Gegen jeden Rennen. Verhaftung. Team. Shiftrennen. Teamrennen. Jetzt können wir mal. Ein klassischer Kampf zwischen Fluchtfahrer und Polizei. Einer ist der. Ja. Ja, klingt gut. Good guy. Einer ist der Bad guy. Einer ist Batman. Ich bin müde. Ich bin der Bad guy. So. Zerstörung. Qualifikation haben wir wieder. Wieder auf der Brücke. Das klingt gut. Zerstört er mich. Jetzt wird der Beißler wieder gewöhnt. Zerstörung. Beißer, drück auf den Like-Button. Auf den Explodier-Button. Ernst. Golden Gate. Zerstörung. Zerstörung. Boah, die Karre lässt sich ja richtig gut steuern. Nicht. Finde ich eigentlich schon. Ach, die ist so langsam. Richtig träge. Gerade deswegen lässt sie sich irgendwie steuern. Gemütlich. Perfekt. Ah, fuck. Ach, jetzt holst du wieder auf. Scheiße. Da kann ich meinen Kaffee nicht verschütten. Meine Mumu bleibt trocken. Entschuldigung. Ah, jetzt. Walvos Mumu. Das wollten wir alle wissen. Dinge, die die Welt interessiert. Das wird eine knappe Kiste, Jockerli. Komm, 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 komm. Und? Das heißt jetzt, wer bin ich? Fragezeichen. Wer bin ich? Ich glaube, dadurch wird auch die Fähigkeitsliste, äh, Balken da aufgefüllt war, wenn man erster wird. So. Richtig. Äh, ich. Zwischen Flüchtung und Polizei abwechselnd Flüchtende Kops auswählen und Lieferungen machen. Kops flüchtenden aufhalten. Lieferungen machen auch noch. Ein bisschen Koks wegbringen. Mhm. Wer hat es erfunden? Die Schwitzer. Eine Straße ziehen. Die gut alte Line. Die gute Line. So, was bin ich? Ich sehe nicht unbedingt nach Polizisten aus. Schiff blockiert? Nein. Oh, ich könnte shiften. Mh. Waaah, wenn ich aufglöten müssen. Bin ja jetzt schon hier. Am Arsch. Machst du grad hinter mir? Ne. Nein! Tamara. Scheiße. Wo fährst du denn lang? Kannst du das nicht machen. Nein, ich bin schon wieder falsch, maaaan. Mami. Ist das ein Kack. Was mach ich denn, ey? Die Polizei kommt. Bulaka. Ja, Lieferung geschafft. Boah, das war ne knappe Kiste. Boah, alter. Lass mich shiften. Mir klebt er, wir haben Arsch. Arsch. Nichts. Arsch. Aber ich komme ohne einfach nicht auf. Oh Gott, ey. Nicht... Scheiß machen. Mann! Ist doch scheiße, ey. Und das mit meiner alten Karre, ey. In meinem alten Chemie. So ne Scheiße baust. Hätt ich gar nicht erst die shiftet, ey. Fuck it. Ne, ist er. Nein. Die haben mich gerade überholt und eigentlich... Die nächste bittere Pleite wird das. Ach, Mann. Mal gucken. Licht ist mir am Arsch. Das war nicht am Arsch kleben. Die am Arsch kleben, sieht das anders aus. Mann, ey. Die Autos sind aber auch so träge, bis du da mal rinschifftest, denn. Nein! Es gibt die Haar-Gunstern. Die Haar-Geil. Der war genau zwischen uns, oder? Ja. Ich dachte, ich schiebe mir jetzt noch ein bisschen ran an dich, aber nein. Sam hat die Nahrers-Auto. Entschuldigung. Bist du genau hinter mir? Nein, das gibt's nicht. Hast du einen sechsten Sinn dafür, dass du ausgerechnet dem Auto ein switchst oder was? Das gibt es doch nicht, ey. Oh, jetzt habe ich Glück gehabt, dass du das nicht warst. Ey, wieso switchst du denn? Ja, klar. Das war auch schön. Ich kriege heute echt... Das war echt gut gemacht mit dem Switchen, finde ich. Ich finde es ein bisschen... Ja, für Online-Fing ist es ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ach, was. So geht sich das aus mit der Lieferung? Vier, drei, zwei, eins... Ja, alle vier Lieferungen. Hä, war das nicht Dreier? Ich dachte, es stand irgendwie Dreier. Ah, gerade die vierte geschafft. Ich möchte nicht, ich werde da gleich verhaftet. 156 zu 0, oui. Ja, ich werde jetzt auch nochmal reinkommen und das machen dürfen. Jetzt geht's andersrum. Ach, du Scheiße. Schade, dass man nicht zieht, wo die Punkte sind. Sonst könnte man da besser agieren. Aber ich hab dich doch gerade aufgehalten. Bin da doch reingerammelt. Und fuck, 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 fuck. Fahr doch. Ja, du wirst ja jetzt wenigstens, zumindestens den Anfang, wo die ersten Punkte sind. Du musst mich wahrscheinlich richtig kaputt machen. Ich habe heute keinen Orientierungssinn. Ich finde schlimm, dass meine Karre hier gleich kaputt ist, soweit da fahre. Ja. Das... Auf das spekuliere ich. Ach, ja. Keine Chance gegen dich, ey. Ich weiß auch nicht, wie du das gemacht hast, ja. Ich bin einfach wirklich zu schlecht schon in dem Spiel, ja. Heute ist nicht dein Tag. Nein, ich glaube ich, ich sehe hier auch online. Ach, ich muss ja hier noch unten irgendwie. Ach, Scheiße. Ja, ja. Ich muss mir in den Lieferpunkten fahren. Ihr könnt mich machen. Ja, das ist voll kackt. Ich weiß ja immer, wo ich hier hin muss, ey. Nein! Oh, je, je. Mein Balken ist nur noch ganz wenig, also ich muss nur noch immer irgendwo hinkommen. Das war schön gemacht von dir gerade. Ja, wohin denn? Wo soll ich denn woanders hin? Warte mal, ich mach's richtig schön. Und... Kabumm! Ja, ich hab's gesehen. Gerade im Shiften. So. Glückwunsch. Danke. Und ich werde damit mal die Aufnahme beenden. Ja, 45 Punkte. 250. Ach, sei ahnisch. Und bedanke mich beim Valvo, dass es endlich geklappt hat. Hat Spaß gemacht. Danke, Joker. Jedenfalls. Und abstecken wir uns beim nächsten Mal wieder mit Driver San Francisco. Bis dann. Ciao, ciao. See ya. See ya. See ya.